Hallo und Willkommen zu Kapitel 7. Mit dem Wissen aus den ersten sechs Kapiteln können Sie bereits sehr viele unterschiedliche und auch schon komplexere Programme schreiben. Auch das erstellte Pac-Man Spiel ist mittlerweile um viele Elemente gewachsen. Wir haben die Pac-Man Figur und auch einen Geist bereits animiert. Außerdem können wir den Pac-Man mittels Tasten steuern und erkennen, ob er den Geist berührt. Wie Sie sehen ist unser Programmcode damit schon sehr angewachsen. Wenn Programme jetzt komplexer und länger werden, leidet jedoch die Lesbarkeit darunter. In unserem Beispiel sieht man das auch bereits ganz gut. Der Draw-Bereich ist mittlerweile sehr lang geworden und eine bestimmte Programmstelle zu finden ist nicht mehr so einfach möglich. Wir beschäftigen uns in diesem Kapitel damit, wie wir besonders bei längeren Programmen mehr Übersichtlichkeit in den Code bringen können und ihn flexibler, effizienter und strukturierter zu gestalten. Wir setzen dazu sogenannte Unterprogramme ein, mit denen wir Codeabschnitte einfach mehrmals ausführen, modifizieren und weiterverwenden können. Schauen wir uns noch einmal den Draw-Bereich einer etwas vereinfachten Pac-Man-Version an. Einige Programmzeilen passen hier inhaltlich zusammen, sie machen also etwas ähnliches oder erfüllen gemeinsam eine größere Aufgabe. Diese Zeilen zum Beispiel erfüllen hier im Programm zusammen die Aufgabe, einen Pac-Man bestehend aus seinem Körper, dem Mund und dem Auge in bestimmten Farben und Größen zu zeichnen. Oder in diesem Abschnitt programmieren wir einen Geist, welcher aus verschiedenen geometrischen Objekten besteht. So können wir unser Programm in verschiedene Abschnitte strukturieren. Zunächst wird der Setup-Bereich ausgeführt. Den Draw-Bereich können wir nun in folgende Abschnitte gliedern. Erst den Ghost erstellen und dann den Pac-Man. Diese Zusammenfassung des Programms in Abschnitte kann uns dabei helfen, einen besseren Überblick über den Ablauf und den Gesamtaufbau unseres Programms zu erhalten. Wenn wir uns nur die Abschnitte anschauen, sieht der Code auf dem ersten Blick gleich übersichtlicher aus. Es ist jetzt einfacher, die gesamte Funktionalität des Programms zu erfassen. Auch zum Nachvollziehen ist es leichter, da man nicht jeden Programmcode Zeile für Zeile lesen und die dahinterliegende Funktionalität gänzlich nachvollziehen muss. In Processing und auch in anderen Programmiersprachen lassen sich Programmabschnitte unterteilen, so dass unser Quellcode schön, strukturiert und übersichtlich ist. Wenn wir uns unser Pac-Man-Spiel ansehen, können wir den gesamten Code, mit dem wir einen Geist programmieren, bündeln und in einer einzigen Anweisung wie etwa Draw-Ghost ausführen. Diesen Code können wir immer automatisch ausführen lassen. Eine weitere Bündelung wäre mit dem Abschnitt Draw-Pac-Man möglich, welcher den Code zum Zeichnen eines Pac-Mans beinhaltet. In der Programmierung setzen wir die vorher beschriebene Trennung mit sogenannten Unterprogrammen um. Unterprogramme sind ein Konzept der Abstraktion. Wenn wir das Pac-Man-Programm auf dem Level der Codeabschnitte ansehen, sind wir bereits eine Abstraktionsebene höher gewechselt. Wir können erkennen, dass es Abschnitte gibt, die einen Pac-Man oder einen Geist zeichnen und wie sie im Programm arrangiert sind. Dabei wird verschleiert, wie der Code im Inneren im Detail realisiert wird. Wir erhalten zwar weniger Detailinformation, dafür aber einen besseren Überblick über das gesamte Programm. Zusätzlich kann man das Verhalten eines Unterprogramms auch mit sogenannten Parametern variieren. Wie das genau funktioniert, werden wir uns ein bisschen später in dem Kapitel ansehen. Sie haben bereits seit Beginn des Kurses Unterprogramme verwendet, nur haben Sie es vielleicht noch nicht gewusst. Die im Processing definierten geometrischen Formen Rechtecke, Kreise, Dreiecke werden mit den Anweisungen Rect, Ellipse oder Triangle gezeichnet. Mit diesen Anweisungen, die im Processing bereitgestellt sind, rufen wir eigentlich Unterprogramme auf. Hier sorgen Sie dafür, dass unter Verwendung der entsprechenden Parameter, wie etwa bestimmter Koordinaten oder Größenangaben, geometrische Formen im Sketchfenster gezeichnet werden. Immer wenn diese aufgerufen werden, führt Processing im Hintergrund verschiedene und vor uns verschleierte Schritte aus. Wir müssen auch nicht im Detail wissen, was Processing im Hintergrund genau macht. Alle Informationen, die wir zum korrekten Verwenden dieser bereitgestellten Unterprogramme benötigen, finden wir in der Processing Dokumentation. Diese Unterprogramme und alle, die im Processing verfügbar sind, sind nicht schon immer da gewesen. Sie wurden vom Processing Team programmiert und für alle Programmierenden bereitgestellt, denn es sind Funktionalitäten, welche für viele und breit gefächerte Programmieraufgaben nützlich und brauchbar sind. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Arten von Unterprogrammen. Es gibt Unterprogramme, die direkt etwas in den Variablen oder am Bildschirm bzw. in der Programmausgabe verändern, aber keinen Rückgabewert haben. Ellipse, Rekt, Line usw. sind Beispiele im Processing dafür. Unterprogramme dieser Art werden Prozeduren genannt. Andere Unterprogramme liefern Ergebnisse zurück, mit denen Sie dann im weiteren Programmverlauf arbeiten können. Processing-Beispiele dafür sind Random oder Ups. Solche Unterprogramme werden Funktionen genannt. Den Unterschied zwischen Funktionen und Prozeduren schauen wir uns im Laufe des Kapitels bei den Rückgabewerten noch genauer an. Im Processing werden Unterprogramme umgangssprachlich auch einfach nur Funktionen oder Methoden genannt, egal ob das Unterprogramm eine Funktion oder eine Prozedur ist. Diese streng betrachtet nicht ganz präzise. Da sich aber der Begriff Funktion im Processing eingebürgert hat, meinen wir mit den zwei Begriffen Unterprogramm und Funktion dasselbe.